hallo und herzlich willkommen hier ist meine folge bei kenne und kopf wir waren heute ein tutorial mit der bereich ernte mit tasche geteiltraschen beginnt heute ich habe an lenkung wir probiert und lenkung reinkriege weiß ich nicht also irgendwie will das nicht warum weiß ich auch nicht vielleicht jetzt wäre ganz interessant bei bei größeren flächen immer da lenkrad nehmen könnte nicht wundern ich produziere jetzt die woche ein bisschen voraus weil ich am freitag spät habe und somit abends relativ wenig zeit habe deswegen meint hat man jetzt voraus wo man freitag da kein stress auch zu lassen wir beginnen mal mit der mission wir haben im glas okay wir steigen mal ein da muss ich eben im griff kriegen wie ich das da weg bekomme die und die anderen dinge behaupten so wir fahren noch mal ran weil er da jemand tippt ja schon weiß wieso hänge das an das schneidwerk ist ziemlich groß damit können wir natürlich über straßen fahren um das zu transportieren wenn das mit einem schneidwerk wagen um es zu einem produzieren wird es mit einem schneidwerk wagen zum feld transportiert dadurch kann es wahrscheinlich auch eine hebe und ab dann abkoppeln und wo haben wir eins da vorne naja natürlich würde ich mir da jetzt hier wenn das feld um die ecke wäre über straße fahren wenn wir einen eigenen drescher haben um hofen würde ich um die ecke so lege das ab wenn wir zurück fahren bremse es hat eingerastet sehe ich gerade so da das war nicht schlecht jetzt haben wir das das neidwerks wagen an deutsche anhängen der ist ein bisschen kleine drescher aber gut bei unseren feldgrößen die wir haben glaube ich ausreichend naja nun haben wir nicht ab so 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 dran pirschen ganz langsam die rollen ziemlich leicht also ohne viel gas geben und dran fast dickes symbol ist rote wahrscheinlich juli zu rot wahrscheinlich aber so dicht dran sind mit schubsen dass wir gerade aus anfangen können wo wir müssen mal und so probieren so 1 3 oder 4 geht auch nicht ach rot ist am dickst dran ach der rote treffern der muss ja fliegen ja eben war weiß ist also nicht perfekt ausjustiert ok egal wir fahren jetzt zum feld 21 lenkung ich muss mal eine offline folge mal gucken direkt zu testen wahrscheinlich mal ein tutorial überspringen wahrscheinlich und dann mal testen ob ich diese anzeige weg bekomme die ist ja nett aber brauchen wir nicht die daten können wir nichts anfangen können die geräte wenn die wir haben dann mal recht und dann mal recht und dann mal recht automatisch ende fahren automatisch automat 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 das wie tesla fahren dann theoretisch mein autopilot haben sind alle oder mehr oder weniger vorteile man kann aber über einer fahrt schlafen also ich würde garantiert einschlafen wenn ich länger zeit nichts tun hätte wäre also für die fahrsicherheit nicht optimal wenn ich mir dann irgendwie langweilig werden würde genau diese gelben balken unterstrich der darf ja das riesenfeld hier ja gut aber da werde ich mich gewöhnt dass wir die felder sind leider sind ja aber fürs anfang reicht und dann nachher später hoffe ich mal dass irgendjemand sich da die mühe macht und eine karte kreiert ne so also mal an der autopilot wieder im gang die teile geht nicht kaputt ok so abgängig haben wir schon mal ganz optimal ist es ja naja gut wir können städter stehen lassen etwas anscheinend davon doch nicht noch mal extra so den raum und abfahrern wo ist er kein geld können wir kein leisten mal schauen müssen kriegen das ist ein bisschen höher einige fahrzeuge habe ich mal gesehen die waren so tief und dann ist etwas höher aber gut funktioniert könnte ein bisschen noch bisschen justiert werden also bisschen ja die maus müssen sie empfindlich so fahrer zum feldrand machen wir gleich also die blauen linien grün würde ich gerne verzichten meistens schuld auch für zufall mal und dann was 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 ach hier unser abfahrer ist da gerade bestellt schaltet in den modus modus an x wenn der drescher nicht komplett im arbeitsmodus ist kann das stresssystem auch nicht angeschaltet werden daher muss bis dahin gewartet werden das system aktiviert sowohl in schalz auf der schneidwerk ach so ok b warte mal loslegen so v das ruckelt noch ein bisschen also tempomat d ernte die erste bahn unsere erste gerste die wir alleine ehrten wie schön wir hatten immer noch automatisch modus gehabt aber machen wir jetzt mal nicht großen ganzen mehrere felder haben dann machen wir ihn abfahren und dann theoretisch oder praktisch mal sehen da hat sich ganz ordentlich aus die textur und von dicht naja gut auf dem weiten das geht schon das kopf ok normalerweise manchmal vorgewinnen und dann helfe nach unten um den tschecher angehoben werden ok Senke es ab, machen wir gleich. B. Ah je, das ist auch zugemacht. Hat er zugemacht, der Bursche. Ich weiß selber vielleicht sogar. So, mein Fehler. Hier ist noch viel Platz. 10.000 gehen rein. Ganz ordentlich. Nehmt Tempomat wieder Tee. Einmal. Da haben wir die optimale Geschwindigkeit. Knapp 6 kmh. Denken wir, das ist auch schnell genug für uns hier. Die erste Zeit werde ich auf viele Tiere und so verzichten. Da haben wir keinen Einstreu haben, wie Stroh haben und so. Oder beziehungsweise kein Futter. Können wir keine Rinder holen, ne? Kaufen. Jetzt haben wir ja Ende Oktober, Mitte Oktober, Ende Oktober, ja. Ja, schaffen wir, dass es zu Weihnachten was Neues kommt. Sei mal gespannt. Und so, ernte die zweite Bahn. Äh, die Frau. Der Punkt, wo angefahren werden. Dann wieder rückwärts wenden. Bisher war der Drescher im Hexenmenü eingestellt. Dadurch werden die Halme des Teils klein gehäckselt und breit verteilt hinten ausgeworfen. Wenn du die Schwarzablage des Dreschers aktivierst, werden die Halme unhexelt als Schwarz hinter dem Drescher abgelegt. Der Schwarz kann dann später beispielsweise zu Ballen gepresst werden. So, äh, das Radialmenü ist, hier ist mit der Maustaste, Schließenmenü, okay. Jetzt dürften wir ein Futter haben. So, senkt es ab. Das macht immer richtig ruckartig, das ist nicht so schön. Kommt vielleicht später mal was Besseres, ne? Gehen wir Tempomat ein, können wir lenken kümmern. Weil zur Zeit, äh, Lenkrad, äh, funktioniert nicht sowieso. Mit dem Trick rausgefunden habe, wie es funktioniert, dann ist es, äh, gut. Ich hab's zwar eingestellt, auch kalibriert, aber aktuell, klappt das nicht. So, zusagen, gab's immer gemacht im Vorher, im Vorgang, äh, es kann sein, dass man direkt im Spiel machen müsste, ne? So, wie folgt er sich jetzt? Ein Drittel ungefähr. Oder ein Viertel. Ein Viertel. Wir haben jetzt August, 15. August. Das ist immer ganz schön zu sehen, äh, wie das in reellen, äh, Zeit funktioniert, ne? Was wir im Erlass haben, ist ja so, dass wir zwar Seasons haben, äh, auch in Tage, das Jahr eingeteilt. Na gut, hier kannst du ausschlafen, ne? Oder länger schlafen, ne? Zeit ist verbrücken. Aber wenn du die Tiere hast, dann geht's, äh, eigentlich nicht, ne? Ich muss die jeden Tag füttern, ne? Seid ihr noch, hast jemanden eingestellt, der die Tiere macht, ne? Das kann, kann auch funktionieren, ne? Aber fünf Bullen, ein Mitarbeiter, das ist ein wenig, ne? Das Bullen, mann ich jetzt, ne? Dann braucht er mehr. So. Bullen. So, wieder heben. Und wieder. Der Fahrer hat sich verabschiedet. So, eh, ans. Ey, wo ist das Feld hin? Ha! Ich wollte sein. Wo ist mein Getreide? Nochmal. Ja, hier ist es da. So, in Ansicht ist auch mal schön. Hänge ich mal ab. Und bei der Ernte eigentlich mal besser, wenn man sich von außen ansieht macht. Weil man so die Kante besser sehen kann, ne? So, das Kettel & Cops Display rechts ist ungünstig. Wir müssen halt nach dem Strich orientieren. Jemand Tempomat. Ja, so fahren wir auch ganz schön. Das hält auch ganz schön auf, ne? Ja, ich wünsche alles für den Bonchart. Ich hab gestern schönen Sonntag vergessen. Aber eher eine Aufregung. So, genau da. Schneidex-Wagen genau da. Ah, müsste gehen irgendwie. Bremse. Verstehen, du? Ja, er rutscht ein bisschen. Das ist ein Problem. Das hatten wir ihm. Er ist auch. Hebe, ich will das schneide weg. Fahrer, nehm den Anhänger. Also, berg auf. Das mag er nicht. So. Das war die Abeneu. ich muss eigentlich stehen normalerweise aber viel tauschen anhänger ab ok und dann kommt kapitel ernte ist einmal durch also zumindest anfangsweise gelernt so sind keine 4000 geworden das sieht so aus wisch ist wieder zugeklappt und dann müssen wir dann eher sozial nicht so radiale einfahren stehen bremse gut jetzt brauche noch ein bisschen getreide 4000 haben und abschließen b und v dann noch 4000 mal 1000 rein ins behälter hier c geht schon hat nicht ganz gereicht wahrscheinlich ein bisschen da nicht mehr klemmert dann sind wir fix fertig so macht knapp 1000 die eine bahn machen noch normalerweise mache ich immer die 10.000 voll mache ich pause wenn der hänger so klein ist so dürfte jetzt mal reichen normalerweise so b und v aber zurück also ein bisschen ausbau für ihn noch kann man schlecht einschätzen was für arbeit machen also programmiere ich keine ahnung ist ja auch komplex ne so bruder warte stehen warum bist du gerade am berg ne so bremse so rohr ausfahren muss ich lassen bis es fertig ist so öfters haben wir getan klappt das rohr wieder ein ja sonst kann man total die abschließen ne das war das problem schon ein bisschen gefehlt fertig fertig oder wenn du hast du hier wir werden uns beenden noch eine zeit lange so glücklich war das auch schon gewesen sei es aber schon danklos reinschauen ja wir sehen morgen weiter wie es weiter geht dann kommt meist oder so keine ahnung ja und vielleicht mal gleich im Tschüss. Bis dann und tschüss.